Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch daran, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, da kommt jetzt in dieser Woche extreme Höhenkälte auf uns zu. Aber wir hatten auch darüber geredet, ist das vielleicht die nächste Wintermöhre, das heißt nur eine Kälte, die in den Wettermodellen stattfindet. Ich habe jetzt heute noch ein paar Wettermodellläufe abgewartet, aber tatsächlich, es ist wahrscheinlich wieder nur eine Kälte in den Wettermodellen gewesen. Denn alle führenden Wettermodelle sind nun schon wieder gekippt. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Samstag hier bei wetter.net. Das deutsche Wettermodell, das europäische Wettermodell und das amerikanische Wettermodell hatten ja tagelang extreme Höhenkälte berechnet. Die sollte genau auf Deutschland treffen, nächste Woche Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Extrem kalte Temperaturen bis zu minus 15 Grad in 1500 Metern Höhe. Und was sehen wir heute nach mehreren Modellläufen? Alles abgesagt worden. Die stramme Kälte verfehlt uns hier in Deutschland, aber sie verfehlt leider nicht den Osten Europas und dort besonders die Ukraine. Denn die wird voll getroffen werden nächste Woche von dieser Höhenkälte. Und diese kalte Luft kann sich dort auch ganz unten durchsetzen, zum Teil mit Dauerfrost und nächtlichen Temperaturen von bis zu minus 15 Grad. Und da sind die Menschen dort im Kriegsgebiet wirklich arg gebeutelt. Das schauen wir uns alles in diesem Wettervideo an. Also es kommt immer wieder irgendwie alles anders, als man denkt. Wir hatten es ja hier schon geahnt, dass es wahrscheinlich wieder die Wintermöhre sein wird. Und nun war es wohl auch wieder die Wintermöhre. Wir gehen mal ein bisschen genauer auf die Sache ein und schauen uns mal die Lage an. Nächste Woche Freitag und da sehen wir diesen massiven Kältebatzen mit extremer Kälte. Und genau das hier ist die Ukraine. Und genau hier über der Ukraine, da kommt die größte Kaltluftmasse zum Erliegen. Also schlechter kann es wirklich kaum noch laufen für die Menschen dort. Bei uns dagegen in Deutschland, da wird es eher schon wieder mild. Da kommen ja aus Südwesten die milderen Luftmassen in der Höhe herangezogen. Plus 4, plus 5, plus 6 Grad. Vor einem Tag noch wurde hier bis zu minus 10, teilweise bis zu minus 15 Grad hier im Osten berechnet in 1500 Metern Höhe. Aber das Hoch hat dagegen gehalten und die extreme Kälte rutscht nun ab und trifft genau die Menschen in der Ukraine. Und da bleibt auch erstmal diese Kälte liegen. Das hier ist die Prognose für Samstag in einer Woche immer noch die stärkste Kälte hier über der Ukraine. Bei uns dagegen in Deutschland milde Luftmassen in der Höhe und unten am Boden. Da kommen dann immer mehr Frühlingsgefühle auf. Nicht nur Sonnenschein dann, die Temperaturen steigen auch merklich an. Wir schauen aber erstmal auf die Wetterlage in der Ukraine. Und zwar sind das hier die Temperaturen, die Höchsttemperaturen morgen am Sonntag. Und da ist es teilweise über 0 Grad. Nur hier im Nordosten leichter Frost am Tag, am Sonntag. Aber im Rest des Landes plus 4, plus 5 Grad teilweise. Aber das wird sich ändern. Wir schauen mal ein bisschen weiter. Und zwar gucken wir mal so Richtung Dienstag in der kommenden Woche. Und da sehen wir schon, die kalten Luftmassen breiten sich langsam hier im Norden der Ukraine aus. Teilweise hier schon leichter Dauerfrost zur Mittagszeit am Dienstag. Aber jetzt schauen wir mal auf den Donnerstag. Und das sind die Höchsttemperaturen am Donnerstag nächste Woche in der Ukraine. Und da ist es richtig kalt. Vor allen Dingen nach Norden teilweise Dauerfrost auch am Tag um die minus 5, minus 6 Grad. Und dieser Dauerfrost hat dann wirklich das ganze Land erfasst. Und das breitet sich noch weiter aus. Und vor allen Dingen Nächte werden bitterkalt die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Hier die Frühtemperaturen am Freitagmorgen minus 10 bis teilweise minus 15 Grad werden da am Freitagmorgen in der Ukraine erwartet. Da haben die Menschen vielfach keinen Strom, keine Möglichkeit mehr zu heizen, sitzen in den kalten Kellern. Also das ist wirklich eine ganz üble Prognose, die sich da andeutet für die Menschen in der Ukraine. Ja und diese Kaltluft bleibt wahrscheinlich auch noch am Samstag erhalten. Auch dann immer noch leichter Dauerfrost am Tag um die 0 bis minus 4 bis minus 5 Grad. Da würde ich mal sagen, da wäre es besser gewesen. Die extreme Kälte wäre zu uns gekommen. Wir hätten damit kein großes Problem gehabt. Wir haben noch Heizungen, die funktionieren. Aber dort ist das alles nicht gegeben. Und mit der Kälte gibt es zum Teil auch noch Schneeschauer. Das ist die Wetterlage nächste Woche. Dienstag am 8. März zum Teil Schneeschauer über weiten Teilen des Landes der Ukraine. Also Winterwetter nochmal ausgerechnet in der nächsten Woche, wo der Krieg dort wahrscheinlich weiter toben wird. Bei uns dagegen entspannt sich die Wetterlage. Aber in der Ukraine wird es richtig kalt. Hier mal der Temperaturverlauf für Kiew. Und wir sehen aktuell noch Werte über 0 Grad. Aber nächste Woche geht es nach unten. Dann geht es auch am Tag. Das ist ja die rote Linie. Die Höchsttemperaturen in den Dauerfrostbereich. Und Nachtstemperaturen unter minus 5 Grad in Kiew. Teilweise nähern sich dann die Temperaturen auch der minus 10 Grad Marke. Ja und wie geht es weiter bei uns in Deutschland? Hier mal der Blick auf die Ensemble-Vorsage bis zum 21. März. Von der großen Kälte ist überhaupt nichts mehr geblieben in den Ensembles. Es ist wirklich total verrückt. Das braune hier, das ist das Klimamittel der Jahre 1981 bis 2010. Und plötzlich liegen wir drüber mit allen Berechnungen in der nächsten Woche. Es wird richtig warm in der Höhe. Plus 5, plus 6 Grad in 1500 Metern Höhe. Selbst der Hauptlauf ist mittlerweile oben mit dabei. Vergangene Woche immer wieder bei minus 10 Grad zu finden. Aber Temperaturen bis zu minus 10 Grad finden wir eigentlich kaum noch. Jetzt in der neuesten Ensemble-Prognose vom amerikanischen Wettermodell. Und was heißt das für die Temperaturen in 2 Metern Messhöhe? Das sehen wir hier. Nun zunächst mal hier unten geschaut. Die Trockenheit geht weiter. Wahrscheinlich bis zum 21. März keinerlei Regen zu erwarten. Immer wieder viel Sonnenschein. Und jetzt auch noch dazu die steigenden Temperaturen. Nachts anfangen noch leichter Frost. Aber ansonsten steigen die Werte zum nächsten Wochenende hin an. Auf 10 bis teilweise 13, 14 Grad. Und dann bleiben wir eher in diesem warmen Sektor. Also mit März, Winter wird das so überhaupt nichts mehr werden. Und wir blicken mal auf die Temperaturprognose für Köln. Und da sehen wir, es geht warm weiter. Plötzlich nicht mehr kalt ab Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Also 5, 6, 7 Grad. Plötzlich ist die Rede von bis zu 15 Grad. Nächste Woche Freitag die Temperaturen steigen an. Weil uns eben diese extreme Höhenkälte verfehlt. Wirklich ein unglaublicher Wetterwandel binnen der vergangenen 24 Stunden. Alle Wettermodelle sind komplett gekippt. Das ist wirklich eine Sache, die taucht nicht so oft auf, dass sich alle Wettermodelle quasi einmal umentscheiden über Nacht. Und wir schauen mal, was heißt das für die Temperaturen am Tag und das Wetter am Tag. Morgen am Sonntag 4 bis 9 Grad. Da noch relativ kühl. Na, Frost am Morgen. Aber viel Sonnenschein. Nur ab und zu ziehen. In der Mitte später hohe Wolkenfelder vorüber. Am Montag und am Dienstag kommt das neue Hoch. Es löst Leon ab. Es heißt Martin. Und das bringt dann 5 bis 10 Grad am Montag. 6 bis 11 Grad am Dienstag. Und auch danach in der zweiten Wochenhälfte bleibt es dank Hoch-Martin sehr sonnig. Aber dann steigen eben die Temperaturen immer weiter an. Am Mittwoch 7 bis 13 Grad. Am Donnerstag 8 bis 14 Grad. Und am Freitag erreichen dann die Temperaturen 9 bis 15 Grad. Es geht also rauf statt runter. Und wie geht es danach weiter? Wir schauen mal auf das nächste Wochenende. Tendenziell noch milder. 10 bis 15 Grad am Samstag. Am Sonntag 12 bis 17 Grad. Und am Montag danach mit 11 bis 16 Grad dabei. Meine Güte, was ist das für eine seltsame Wetterwende. Zum Schluss noch der Blick auf die Ensemble-Prognose für den Norden Deutschlands. Bis zum 21. März. Und auch hier sehen wir, Kälte ist verschwunden. Am Tag 5 bis 10 Grad. Später 11 bis 12 Grad. Niederschlagsignal nur ganz schwach vorhanden. Frühestens mittlerweile ab dem 14. 15. März. Aber da kommt kaum noch was vom Himmel. Und wir schauen nach Westdeutschland. Auch hier die gleiche Wetterentwicklung. In den kommenden Tagen so 5 bis 10 Grad. Und dann später hinten raus 10, 12, 13 Grad. Das Thermometer, das steigt langsam in die Höhe. Erste Ausreißer Richtung 20 Grad Marke unterwegs. Und die Niederschlagsignale sind auch sehr stark zurückgerechnet worden. Noch der Blick nach Ostdeutschland. Auch hier die gleiche Wetterentwicklung. Die Temperaturen, die steigen an Richtung nächste Woche und zum nächsten Wochenende. Es wird immer milder. 12, 13 Grad sind da drin. Und auch hier schon die ersten Ausreißer unterwegs Richtung 20 Grad Marke. Und auch hier im Osten gilt, die längere trockene Wetterphase wird sich wohl noch halten. Mindestens mal bis zum 15. März. Aber auch danach nur ganz wenige Niederschlagsignale. Es bleibt wohl eher trocken. Und wir blicken noch nach Süddeutschland. Auch hier eine relativ ähnliche Wetterentwicklung. Die Temperaturen zunächst um die 5 bis 6 Grad. Danach wird es zum nächsten Wochenende milder. 10, 11, 12 Grad erreichen wir dann auch im Süden. Immer noch nachts stellenweise leichter Frost um 0 bis minus 2 Grad. Aber am Tag viel Sonnenschein. Wie gesagt, Temperaturen über 10 Grad. Und Niederschläge sind erstmal nicht zu erwarten. Erste Signale frühestens wieder ab dem 14. und 15. März. Aber das sind wirklich ganz geringe Niederschlagssignale. Wahrscheinlich bleibt es eher trocken. Also jetzt doch eine völlig andere Wetterlage in der nächsten Woche. Wie wir schon erwartet hatten, es war mal wieder nur die Wintermöhre gewesen. Zum x-ten Mal wurden kalte Berechnungen in den Wettermodellen verworfen. Und das Ganze hat sich einmal komplett gedreht. Aber jetzt die schlechte Nachricht eben. Die Ukraine, die gebräuteten Menschen der Ukraine könnten es jetzt voll abbekommen in Sachen Kälte mit Nachtfrösten von unter minus 10 bis minus 15 Grad. Das sind wirklich ganz böse und ganz schlechte Aussichten. Das hätte wirklich so nicht kommen müssen oder sollen. Da hätten wir lieber die Kälte genommen. Wir haben noch wie gesagt funktionierende Heizungen. Da wäre das kein so großes Problem gewesen. Wir warten ab, wie es am Ende in der nächsten Woche ausgeht. Das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Und natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal wetternet auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Samstag.